Bei der Europameisterschaft straucheln Favoriten immer wieder. In Gruppe B ist es möglich, es sind ja große Nationen dabei, die halt auch schon bessere Zeiten erlebt haben. Italien ist der Titelverteidiger und es gibt so großes Chaos beziehungsweise Skandale. Trainer Roberto Mancini ist zurückgetreten, weil er lieber das saudische Geld kassieren will. Es gibt einen Wettskandal, u.a. mit Sandro Tonali und Nicolo Zaniolo. Und einige haben quasi ihre Karriere beendet, weil sie in ausländische Ligen gewechselt sind, die sportlich irrelevant sind. Jetzt gibt's die Vorschau auf Gruppe B. Mit dabei sind Spanien, Kroatien und Albanien. Es wird hitzig, es wird emotional, da sind richtige Kracher dabei. Worauf man achten sollte, das checkt man jetzt. Also, los geht's. Starten wir mit Spanien. Das ist für mich einer der Favoriten und das liegt u.a. am Trainer. Luis de la Fuente ist seit Januar 2023 im Amt und er weiß, wie man Titel holt. Er hat sich ja im Verband von unten nach oben gearbeitet. Er ist lange Zeit bei den Junioren gewesen und hat dort zweimal die Europameisterschaft gewonnen. Erst 2015 mit der U19 und dann 2019 mit der U21. Er kriegt's gut hin, aus Talenten das Potenzial zu kitzeln. Das wird jetzt auch wichtig sein, denn Spanien steckt mitten in einem Umbruch. Die Aufstellung ist, wie immer, in einem 4-3-3, aber mit einem neuen Gerüst. Und wie hat er das gefunden? Ganz simpel, mit sehr vielen Experimenten. De la Fuente ist jetzt seit einem Jahr da und hat in der Zeit über 50 Spieler getestet. Davon haben 15 ihr Debüt gefeiert. Das allein zeigt, wie krass der Pool an guten Spielern in Spanien ist. Gleichzeitig braucht es aber natürlich auch ein bisschen Zeit, bis alles eingespielt ist. Die EM kommt vielleicht minimal zu früh. Der Fußball hat sich minimal verändert. Beim Spielstudio könnte man sagen, keep it simple. De la Fuente ist kein Fan von Taktikern. Er findet, dass man nicht so ins Detail gehen soll und er will taktisch nicht so streng bzw. rigoros sein. Seine erste Amtshandlung war, die Komplexität der Vorjahre zu beenden. Die Philosophie sollte jedem klar sein. Darin können sich die Jungs aber auch relativ frei entfalten. Spanien steht für Ballbesitzfußball. Da bleibt man sich dann auch treu. Der Unterschied ist, es ist ein direkterer Fußball. Und man setzt jetzt wirklich auf einen echten Stürmer. Entweder ist das Alvaro Morata, der ja sogar Kapitän ist, weil er der erfahrenste Spieler ist. Oder José Lu, der als Joker mehr Präsenz im Strafraum bringt. Ja, jetzt kriegen auch Realspieler in der Nationalmannschaft eine Chance. Das Ziel ist, mehr Flanken zu schlagen und die gezielt in die Box zu bringen. Das in Kombination mit einer guten Strafraumbesetzung. Wie oft die Bälle da reinfliegen, das ist tatsächlich sehr neu. Und das hat man lange schon nicht mehr so gesehen. Früher ist Spanien oft in Schönheit gestorben. Bis zum Strafraum haben sie sich toll kombiniert. Es war attraktiver Fußball, aber sie waren vor dem Kasten halt null gefährlich. Ja, weil unter anderem das System nie auf einen echten Stürmer ausgelegt war. Hier zum Vergleich die Zahlen aus der aktuellen EM und der WM-Quali. Es ging ja ungefähr gegen gleich starke Gegner. Man hat mehr Tore, mehr Expected Goals und überhaupt mehr Schüsse. Ja, die Spanier sind im Strafraum deutlich gefährlicher. Also, der Spielaufbau ist nicht mehr so kompliziert. Der Fußball ist direkter und simpler. Spanien ist ja auf die Schaltzentrale ganz besonders stolz. Stella Fuente arbeitet gerne mit Talenten und hilft ihnen, auf ein neues Level zu kommen. Das Dreiermittelfeld muss er halt jetzt wahrscheinlich umbauen. Das Problem ist nämlich, dass diese neue Generation verletzt ist. Pedri hatte allein in den letzten Monaten drei verschiedene Muskelverletzungen. Ihm fehlt der Rhythmus und er war ja eh seit der Weltmeisterschaft nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Das erinnert mich etwas an die U21. Da nahm De La Fuente ihn mit zu Olympia, obwohl er körperlich am Boden war. Und das war nicht die beste Idee. Gavi fehlt definitiv bei der EM. Er hat sich an den Kreuzbandriss zugezogen, ausgerechnet im Länderspiel gegen Georgien. Die Quali war zu dem Zeitpunkt bereits fix. Da hätte man ihn theoretisch schonen können. Ja, da muss man mehr auf die Belastung achten. Na ja, Oberseprio hat die Flügel freizuspielen. Das klappt auch ziemlich simpel. Der Aufbau startet zentral. Es wird versucht, sich so nach vorne zu kombinieren. Es ist eng, es ist direkt. Und so lockt man natürlich dann auch den Gegner an. Der will dann kompakt sein. Kurz vor dem Angriffsdrittel wird dann schnell auf außen gepasst. Einfach, weil dort dann mehr Platz ist. Die Flügel werden immer wichtiger. Und da ist dann tatsächlich diese neue Generation. In den zwölf Spielen hat es viele verschiedene Varianten gegeben. Meistens war die Kombi sehr jung im Schnitt. Wenn man sich alle Spiele ansieht, nur 22,8 Jahre alt. In fast jedem Spiel wurde er getauscht. Nur Williams und Jamal gab es zweimal ausgerechnet die jüngste Variante. Also gut möglich, dass man die dann auch bei der Europameisterschaft sehen wird. Sie sollen das Spiel breit machen. Und mein Gefühl ist, dass wirklich mehr auf die Individualität gesetzt wird. Einer kreiert natürlich wirklich geniale Momente. Und das ist der, der links spielt. Nico Williams. Das ist so erfrischend. Bei Athletic Bilbao hat er allein in dieser Saison 17 Tore vorbereitet. Und er verknüpft genau das, was man braucht. Er hat das Potenzial, der Shootingstar bei der EM zu werden. Das wird der Kernaspekt bei dieser Europameisterschaft sein. Wie gut ergänzen sich das Zentrum und die Flügel, um Breite und Tiefe ins Spiel zu kriegen. Und Spanien ist für mich eh der Favorit in der Gruppe. Es hat in der Nations League, also im Finalturnier, direkte Duelle gegeben. Erst im Halbfinale gegen Italien ein 2 zu 1. Der Siegtreffer ganz typisch. Erst zentral aufgebaut, dann schnell auf außen, Flanke und der Nachschuss geht rein. Dann im Finale gegen Kroatien ein 5 zu 4 im Elfmeterschießen. Da haben sie starke Nerven gehabt. Das kann ja auch nochmal ganz wichtig werden. Uns kurz auf den Punkt zu bringen. In der EM-Quali hat sich Spanien gegen die kleinen Nationen ziemlich souverän geschlagen. Und in der Nations League haben sie dann die Top-Nationen besiegt. Das ist schon sehr gut. Vielleicht hilft dieser simple Stil ohne die taktischen Fesseln, die man davor hatte. Es wirkt auf mich so, als ob sie einen freieren Kopf haben und so dann auch frei aufspielen können. Sie dürfen zocken. Mein Tipp ist deshalb in der Gruppe Platz 1. Das wird dann bei der EM-Meisterschaft auch weit gehen. Die individuelle Qualität ist stark und man hat endlich einen Stürmer, der dann auch die Tore machen kann. Das könnte die letzte Sache sein, die noch gefehlt hat. Kroatien ist die Definition einer Turniermannschaft. Egal wie gut oder schlecht es davor gelaufen ist, jeder ist rechtzeitig in Top-Form. Bei der Weltmeisterschaft haben sie zweimal in Folge Edelmetall bekommen. Erst Silber und dann Bronze. Der Trainer ist Latko Dalic und er kriegt's hin, dass alle zum richtigen Zeitpunkt mental voll da sind. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit an seinem Führungsstil. Er hat Autorität, trifft die finale Entscheidung, aber davor redet er mit den Spielern, holt sie ab und ist immer sehr nah an ihnen dran. Es ist so eine gewisse Lockerheit zu spüren. So kriegt das dann auch mit, wenn etwas gerade schief läuft und er kann gegensteuern. Tja, bei der Europameisterschaft fehlt noch so ein Erfolg, da war jetzt immer im Achtelfinale Schluss. Die Aufstellung ist wie immer ein 4-3-3 und das ist ja schon seit vielen Jahren so. Das Zentrum, Modric, Kovacic und Brozovic, gehört zu den spielstärksten bei der Europameisterschaft. Und in dieser Kombi sehen wir es wahrscheinlich zum letzten Mal. Modric ist 38 Jahre alt. Ja, ich weiß, wenn er spielt, sieht das nicht so aus. Er hat ein extrem gutes Spielverständnis. Auch unter Druck kann er sich noch richtig gut befreien. Aber er ist halt im Herbst seiner Karriere. Über ihn reden wir gleich ausführlich. Der Spielstil lebt grundsätzlich von der Körperlichkeit bzw. der Intensität. Egal ob mit oder ohne Ball. Im Ballbesitz sind die Flügel ziemlich wichtig. Es wird sehr gezielt versucht, sich dort mit Überzahl nach vorne zu kombinieren. Wichtig ist, da gut zu harmonieren. Rechts sind wahrscheinlich Josip Stanisic und Mario Passalic. Die Laufige müssen passen und naja, die beiden haben jetzt in letzter Zeit nicht wirklich häufig zusammengespielt, muss man dazu sagen. Passalic ist dann eher doch derjenige, der in die Halbräume zieht, also etwas zentraler ist. Dann bringt er sich selbst in Abschlusssituationen. Stanisic wiederum überläuft außen, kriegt den Ball und flankt. Wichtig ist aber, nicht nur hoch. Mit diesem Stil ist vorne ziemlich viel los. Die Kroaten haben meistens so zwei bis drei Spiele auf außen. Sie sind in der Nähe des Balls. Und so kann man dann auch mal den Ball schnell in die Mitte flach kombinieren, bis man in einer gefährlichen Situation ist. Hier mal der Vergleich zur Konkurrenz in der Gruppe. Kroatien hat im Schnitt 20,5 Flanken in der Quali geschlagen, was schon relativ viele sind. Der Unterschied zu den Spaniern ist, und das war zumindest mein Eindruck, dass gezielter Überzahlsituationen auf außen geschaffen werden. Naja, gegen den Ball ist dann die Giftigkeit, die Galligkeit wichtig. Oft sind es Mann-gegen-Mann-Duelle. Man ist eng dran, stört und lässt den Gegner wirklich nicht in Ruhe spielen. Mit dieser Art und Weise lenken sie ihn dann oft dahin, wo man ihn haben will. Es ist ein sehr ekliger Fußball. So, und da ist der Stratege ziemlich wichtig. Luka Modric. Er ist quasi der verlängerte Arm des Trainers. Er checkt, ob alle taktischen Vorgaben umgesetzt werden. In der Defensive hat er einen ziemlich klaren Job, und über den wird relativ wenig geredet. Modric soll den Ball sichersten Gegner, bzw. den, der am progressivsten den Ball nach vorne bringt, stören. Das Ziel ist, schnelle Angriffe zu verhindern, generell das Spiel des Gegners zu zerstören. Und ja, damit kann sich dann Kroatien selbst ordnen, bzw. sicherer stehen. Auch dank Modric, er ist ja ziemlich weiträumig unterwegs, ist Kroatien so schwer zu knacken. In der EM-Quali hat man nur vier Gegentore kassiert und auch wirklich wenige Chancen zugelassen. Das zeigen ja die Expected Goals, die sind auf einem ähnlichen Niveau. Wie so oft, das Verteidigen fängt vorne an, und da spielt Modric, obwohl er schon so alt ist, echt noch eine tragende Rolle. Im Ballbesitz, ja, ist Modric logischerweise auch noch Weltklasse. Er ist der erste Aufbauspieler. Wenn die Kroaten den Ball erobern, dann nehmen sie den Kopf hoch und suchen erstmal ihn. Wo ist er? Allein wegen dieser tollen Vororientierung ist er dann auch meistens direkt anspielbar. Die Ballkontrolle, wie er den Rhythmus des Spiels vorgibt. Natürlich mit Kovacic neben sich, das ist schon saustark. Jetzt hat Modric die Rolle, die nächste Generation anzuführen, denn eher früher als später muss jemand in seine Fußstapfen treten. Okay, eins zu eins wird das eh nicht funktionieren. Wem ich aber viel zutraue, ist Luka Zucic von RB Salzburg. Er hat am Ball einen etwas vertikaleren Stil, im Pressing ist er etwas aktiver. Bei der Weltmeisterschaft war er ja schon mit dabei, durfte mal reinschnuppern. Danach war er aber wegen einer Knie-OP raus. Und ja, diese Knieprobleme, die hat er ja zurzeit auch immer wieder. In ihm steckt auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial. Vielleicht kriegt er ja ein paar Kurzeinsätze. Kurzum, Kroatien wird auch in Zukunft ein sehr starkes Zentrum haben, sowohl mit als auch gegen den Ball. Wisst ihr, wann eigentlich Modric sein erstes Turnier hatte? Wann war er das erste Mal mit dabei? Es war die WM 2006 hier in Deutschland. Damals flog Kroatien in der Vorrunde raus, mit einer Niederlage und zwei Unentschieden. Da traue ich Ihnen jetzt schon mehr zu. Was ich damit zeigen will, ist, sein erstes und sein letztes Turnier könnte bei uns sein. Das wäre dann quasi so ein Full-Circle-Moment. Jetzt sollte die K.o.-Phase das Minimalziel sein. Und da sind die Kroaten ziemlich schwer zu knacken. Der Spielstil ist darauf ausgelegt, im Kollektiv zu kämpfen. Und ja, dieses Wort kann man da wirklich nehmen. Bei der Weltmeisterschaft haben sie in jedem Spiel maximal ein Gegentor kassiert. Das war jedes Mal sauknapp. Und ab und zu habe ich das Gefühl gehabt, bevor sie zu sehr ins Risiko gehen, geht es dann doch lieber ins Elfmeterschießen. Da sind sie dann wirklich top vorbereitet. In jedem Training bei der WM gab es am Ende ein Elfer-Duell. Da durften sie vom Punkt ran. Das war so eine Art Auflockerung. Da wurde an der Schusstechnik gearbeitet und auch an der Routine. Zweimal holten die Kroaten so dann noch den Sieg. Erst gegen Japan und dann gegen Brasilien. Dalic hat dazu mal gesagt, sollte man ins Elfmeterschießen müssen, hat er schon das Gefühl, okay, der Sieg ist fix. Denn er findet, dass die Kroaten dann am stärksten sind, wenn es darauf ankommt. Okay, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, in der Nations League haben sie jetzt halt mal verloren. Das Problem ist, die Energie geht in so einem großen Turnier irgendwann aus. Alle paar Tage 120 Minuten ranzumüssen, das geht auf die Muskeln. Und bei der Weltmeisterschaft hatte ich schon das Gefühl, dass ihnen die Luft ausging. Im Halbfinale gab es ja dann den K.O., ein 0 zu 3 gegen Argentinien. Der Kader wird halt auch nicht unbedingt jünger. Kroatien muss bei der Europameisterschaft jetzt endlich mal zeigen, dass sie eine Turniermannschaft sind. Mein Tipp ist, Platz zwei, man ist routiniert, kann jedem Gegner wehtun und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der große Außenseiter ist Albanien. Bei der EM dabei zu sein, ist schon fett. Sie haben absolut nichts zu verlieren. Der Trainer ist Silvino. Und er setzt auf Emotionen. Es geht darum, den Fans Herz und Seele zu zeigen. Soll mit Kampf, Leidenschaft und Hingabe klappen. Übrigens, er hat jetzt vom Premierminister den Golden Eagle verliehen bekommen. Das ist eine ganz wichtige Auszeichnung, weil man bei der EM dabei ist. Allein das zeigt ja schon, was für einen hohen Stellenwert das Turnier für das ganze Land hat. So kommen wir dann zum Sportlichen. Albanien hat natürlich keine großen Stars. Die Aufstellung ist ein 4-2-3-1. Und wenn ihr auf die Klubwappen achtet, fällt auf, da sind viele Spieler aus Italien dabei. Ich hab's nochmal markiert. Generell ist es sehr spannend. In der Serie A spielen doppelt so viele Albaner wie in den anderen Top-5-Ligen zusammen. Das liegt an der geografischen, aber auch an der kulturellen Nähe. Der bekannteste ist Christian Aslany. Er hat sogar beide Staatsbürgerschaften, die italienische und die albanische. In der Nationalmannschaft ist er, würde ich sagen, der Verbindungsspieler zwischen der Defensive und der Offensive. 22 Jahre ist er alt. Den könnt ihr euch mal auf den Zettel schreiben. Grundsätzlich ist der Kader schon auf einem stärkeren Niveau als bei der letzten EM. Das war 2016. Damals wurde man in der Vorrunde Dritter, holte sogar einen Sieg, schied aber trotzdem aus. Jetzt wird's auch sauschwer, weil die Gruppe halt brutal ist. Der Spielstil passt zu einem Underdog. Ich hab mir mal zwei Spiele angeschaut, um zu verstehen, auf was man besonders Wert legt. Und vorneweg, das hat jetzt nicht so besonders viel Spaß gemacht. Die Basis ist gegen den Ball. Und das ist ja logisch, wenn man so eine kleine Nation ist. Da kann man schon sagen, je tiefer man steht, desto besser ist es. Ein wichtiges Element ist, wie der defensive Mittelfeldspieler agiert. Christian Aslany oder noch häufiger Jeba Ramadani, die ziehen sich sehr stark zurück. So entsteht dann hinten eine Fünferkette. Je nachdem, woher der Ball kommt und welcher Spieler gerade in der Manndeckung ist, variiert das. Einer von den beiden zieht dann nach hinten. In der EM-Quali hat das die Gegner zur Verzweiflung gebracht. Das kann man schon so sagen. Nur vier Gegentore haben die Albana kassiert und keiner der Gegner hat doppelt getroffen. Ja, weder Polen noch Tschechien. Das waren die stärksten Gegner. Die Ketten sind ziemlich eng. Da sind viele Beine, die die Bälle klären können. Und irgendwie kriegt man das dann fast immer hin. Wobei die Expected Goals ergänzt, zeigen schon, dass man ein bisschen Glück hatte. Jetzt bei der Europameisterschaft ist die Konkurrenz härter, insbesondere in dieser Gruppe. Es gibt Möglichkeiten, die Albana zu knacken. Und das hat das Duell gegen Italien gezeigt. Das war im November 2022. Der Endstand 1 zu 3. Und wie hat das geklappt? Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen Flanken, da passte die Absprache, die Abstimmung zwischen dem Torhüter und der Abwehrkette nicht. Wenn ein Stürmer schnell rein startet und aus dem Lauf köpft, dann reicht das. Zum anderen der Druck. Die Albaner sind im Aufbau nicht stressresistent. Sollte man sie pressen, sind sie sehr schnell überfordert. Also, um sie zu knacken, muss man früh attackieren und dann auch über Außen spielen. Das sollte reichen. Albanien ist natürlich völlig zu Recht bei der Europameisterschaft dabei. Und das liegt an den Magic Moments. In der Offensive ist man nicht so richtig gefährlich. Aber wenn man Tore schießt, dann sind das ganz Spezielle. Yasir Azani ist da im Fokus. Er spielt rechts außen und ist beim FC Gwangju in Südkorea unter Vertrag. Seine Schusstechnik, wow. Die ist wirklich geil. Er ist ein Linksfuß, sprich, er spielt inverse. Sobald er den Ball hat, zieht er ins Zentrum und schießt. Er schießt total oft von außerhalb des Strafraums. Zum Beispiel gegen Polen. Dann nimmt er das lange Eck ins Visier. Der Ball flatterte, ein total verrückter Schuss und er ging genau dahin, wo er ihn haben wollte. Das hat Azani in der Quali immer wieder gemacht. Mehrere Tore sind auf diese Art und Weise gefallen. Immer von außerhalb der Box. Du musst ihn irgendwie in die richtige Position bringen und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass er das auch bei der EM ausprobieren wird. Der Ballbesitz, ja, ansonsten ist ziemlich eindimensional. Albanien versucht, gegen gleichstarke Nationen sehr langsam aufzubauen. Mein Gefühl ist, dass sie den Gegner locken wollen. Sobald man an der Mittellinie ist, geht's dann hoch und weit nach vorne. Das Ziel ist, hinter die Kette zu kommen und dann mit Tempo Nadelstiche zu setzen. Ab und zu fehlt da etwas die Zielstrebigkeit und auch der Blick für die Kollegen. Also, ja, bei der Europameisterschaft wird's wohl viele lange Bälle geben, um möglichst schnell dann anzugreifen. Ansonsten, ja, die Albaner kommen selten gefährlich in den Strafraum und so bleibt dann fast nur das Stilmittel Weitschüsse. Ich hab das statistisch ausgewertet, und zwar die durchschnittliche Schussentfernung, die liegt bei 22,57 Metern. Zum Vergleich, hier sind die Gruppengegner. Die sind alle etwa 5 Meter näher am Tor. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Naja, ich schätze, am Ende wird Albanien Beton anrühren und hoffen, irgendwie ein 0 zu 0 zu holen. Denn theoretisch wäre es auch möglich, mit drei Unentschieden in die K.O.-Phase einzuziehen. Okay, das wär schon ne Sensation und so richtig Glauben tu ich nicht dran. Mein Tipp ist Platz 4. Aber ich trau ihnen schon zu, sich zumindest einen Unentschieden zu erkämpfen. Mehr aber ehrlicherweise nicht. Das heißt, sie haben von niemandem Angst und so wollen sie auftreten. Albanien gehört, finde ich, zu den größten Underdogs hier bei der Europameisterschaft. Als Titelverteidiger ist man ja eigentlich der Favorit. Hier halt nicht. Italien ist in so einer Art Selbstfindungsphase. Man hat sich gerade so zur EM gezittert. Und ihr wisst es ja, bei der Weltmeisterschaft davor ist man gar nicht mit dabei gewesen. Luciano Spalletti ist seit September 2023 im Amt. Er ist ein Konzepttrainer, würde ich sagen. Das passt grundsätzlich gut zur Squadra Azura. Denn seine Ideen von Fußball hat man schon die Jahre davor in etwa so spielen lassen. Es ist total logisch, dass man ihn geholt hat. Jetzt ist eine Sache neu, und das ist die Formation. Ein 3-4-2-1. Spalletti hat bestätigt, dass man genau in dieser Formation dann auch bei der EM spielen wird. Darin fühlen sich halt einige Spieler deutlich wohler. Ja, das Gerüst seht ihr ja auch. Azzerbi, Bastoni, Di Marco, Barrella und Fratesi. Sie sind mit Inter Mailand ziemlich dominant Meister geworden. Und das in exakt dieser Formation. Sie haben das Selbstvertrauen. Es gibt Automatismen. Wobei man da auch sagen muss, die Italiener bzw. Spalletti setzen auf ein sehr fließendes System. Es ist keine starre Formation, es geht vor allem darum, in die richtigen Räume zu kommen. Und da wird dann während des Spiels immer wieder rotiert. Es fällt schon auf, im Kader sind fast alle Spieler aus der Serie A. Und da ist dann auch diese Formation etabliert. Thema 1 ist der Spielstil. Als Grundlage würde ich jetzt mal die letzten beiden Spiele nehmen, denn da ist gerade was entwickelt worden. Im Aufbau ist das Zentrum enorm wichtig. Der erste Pass geht fast immer in die Schaltzentrale, also zu Jorginho und Barrella. Die beiden sind enorm weiträumig unterwegs und müssen scannen, okay, wo geht denn jetzt der nächste freie Raum auf? Sie teilen sich diese Arbeit schon ziemlich gut. Jorginho ist der, der etwas defensiver ist. Er lässt sich, wenn nötig, auch mal zurückfallen, ist dann in der Abwehrkette und startet von dort den Aufbau. Barrella ist dann eher der progressive Spieler. Wenn er den Ball kriegt, versucht er, ihn dann nach vorne zu tragen. Es wird eh versucht, das Zentrum zu überladen, da in Überzahl zu sein. Auch die Spieler davor sollen eher in den Halbräumen sein, um dann steil spielen zu können, beziehungsweise den Ball klatschen zu lassen. Sie laufen in freie Räume, auch wenn das jetzt nicht zwingend auf ihrer festen Position ist. Es hat sich schon für mich so angefühlt, als ob es zwei Phasen im Ballbesitz gibt. Erst wird geduldig in der Abwehr hin und her gepasst und sobald man dann angreift, geht's schnell vertikal. Die Außenverteidiger schieben schon sehr hoch. Sie werden dann beim Kreieren der Chancen wichtig. Generell meint Spalletti, die Spieler brauchen Überzeugung, sie müssen an die eigenen Stärken glauben. Es gibt wenig Zeit zu trainieren. Aber es fehlt nichts, um mit den Besten mithalten zu können. Ja, Italien hat ein sehr fluides System. Es geht darum, dass die Spieler selbst verstehen, in welche Räume sie gehen sollen. Und bis das klappt, braucht man Zeit. Und bis zur EM ist sehr, sehr wenig Zeit. Mal schauen, ob das alles funktioniert. Die Kaderqualität ist auch noch so ein Ding. Und das sollte man dringend ansprechen. Italien fehlt der absolute Weltstar, da sticht niemand so richtig heraus. Rein was die individuelle Qualität angeht, ist man seit Jahren in einem Loch. Und das zeigt sich insbesondere auf einer Position ganz krass. Und das ist der Mittelstürmer. Jetzt hat man extra jemanden eingebürgert. Matteo Retegui. Er kommt ja eigentlich aus Argentinien. Und zum Zeitpunkt, als er sein Debüt feierte, konnte er noch nicht mehr italienisch. Er spielte damals noch in seiner Heimat. Also völlig skurril. Bei seinem Debüt hat er aber dann direkt gegen England getroffen. Und wenn der Junge von Anfang an spielt, trifft er meistens. Gegen England, Malta und auch jetzt gegen Venezuela. Seine Bilanz ist eh ziemlich stark. Insgesamt sechs Länderspiele und darin vier Tore. Es könnte natürlich auch Giacomo Raspadori spielen. Er kennt den Trainer ja noch von der SSC Neapel. Das ist für mich so eine 50-50-Entscheidung. Egal, wer in der Spitze ist, es wird aber nicht nur auf ihn gebaut. Stattdessen versucht Italien, dass die offensiven Mittelfeldspieler helfen. Hier ist mal die realtaktische Aufstellung gegen Venezuela, sprich, wo sich die Spieler am häufigsten aufgehalten haben. Die neun ist Retirgy und die vierzehn ist Chiesa. Sie sind quasi auf einer Linie, helfen sich gegenseitig und so entsteht dann immer wieder eine Doppelspitze. Auch im anderen Spiel gegen Ecuador sah es ähnlich aus. Da waren es dann Raspadori und Sagnolo. Aber der ist ja wegen einer Verletzung nicht bei der EM dabei. Also, egal wer spielt, es sieht jedes Mal ziemlich ähnlich aus. Die Präsenz vorne soll hoch sein, man will variabel sein. Und da sind dann auch viele Bewegungen zu sehen. Das Gute ist, die Offensiven sind vielseitig. Federico Chiesa ist ein Allrounder. Er kann Räume durchbrechen, wo man sich denkt, hä, wie hat er das gerade gepackt? Jetzt ist für ihn die Chance zu zeigen, dass er nicht nur ein ungelöstes Versprechen ist, sondern wirklich ein Star sein kann. Es geht darum, aus dem Schatten zu treten. Denn es wird gerade einiges umgebaut. Italien ist zwar 2021 Europameister geworden, aber aus diesem Kader ist nur noch etwa ein Drittel mit dabei. Es ist eine neue Squadra Azura. Und darum geht es eben. Es ist ein Neuaufbau. Tja, leider gibt es relativ viel Unruhe. Ein Thema sind die ganzen Skandale. Da kann man sich nicht nur auf Sportliche konzentrieren. Zum einen geht es um den Wettskandal. Im Trainingsager der Nationalmannschaft ist die Polizei mal aufgetaucht, um Sandro Tonali und Nicolo Zagnolo zu befragen. Zwei Stunden hat das gedauert. Sie sind ja, das wissen wir mittlerweile, glücksspielsüchtig. Tonali hat auf seine Ex-Klubs gewettet. Dafür ist er gesperrt worden. Und Zagnolo hat auf illegalen Plattformen Poker bzw. Blackjack gespielt. Sowas bringt Unruhe rein. Denn da fragt sich natürlich jeder intern, was geht da ab, was ist da los? Sie sind jetzt bei der EM nicht mit dabei. Und das tut im Kader schon weh. Das schwächt ihm. Warum erzähle ich das jetzt? Im vorläufigen EM-Kader ist nämlich Nicolo Fagioli. Er hat durch Sportwetten einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Sieben Monate war er jetzt gesperrt. Rechtzeitig zur EM konnte er aber dann sein Comeback feiern. Und mit so wenig Spielpraxis ist es bestimmt auch nicht leicht, bei 100 Prozent zu sein. Auch das schwächt nochmal den Kader. Trotzdem, Fagioli hat auf jeden Fall eine zweite Chance verdient. Zum anderen geht's um Rassismus. Francesco Acerbi, der Abwehrchef, soll einen Spieler der SSC Neapel beleidigt haben. Das kam in der letzten Länderspielpause raus. Er wurde deshalb direkt nach Hause geschickt. Ja, auf dem Fußballplatz fallen harte Worte. Es gibt aber ganz klare Grenzen. Und diese Diskriminierung, die sollte ein rotes Tuch sein. Jetzt wurde er freigesprochen, weil es keine klaren Beweise gab. Aber man sollte so was ernst nehmen. Man kann davon ausgehen, dass er bei der Europameisterschaft eine wichtige Stütze sein wird. Also ihr merkt, bei Italien können wir nicht nur über Sportliche reden, weil es immer wieder im Umfeld Unruhe gibt. Es ist eigentlich immer was los. Italien sollten wir jetzt bei der EM auf gar keinen Fall abschreiben. Sie sind gut genug, um die Gruppe zu überstehen. Es wird aber eng. Mein Tipp ist Platz 3. Ja, und mit etwas Glück kommen sie dann über den Umweg noch in die K.O.-Phase. In der Gruppe wird es bis zum letzten Spieltag ganz schön abgehen. Italien spielt ja dann am Ende gegen Kroatien. Wer das direkte Duell gewinnt, der wird dann safe ins Achtelfinale kommen. Gebt gerne eure Tipps ab. Die Vorschau zu Gruppe A ist auch schon online. Hier ist sie verlinkt. Checkt sie ab. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.